Du bist auch noch für die ganz Wichtigen hier jetzt, gell? Wie lange bist du denn schon dabei bei der Türkeler? Boah, ich mein, bei 2006 bin ich umfangen und jetzt ist der erste Auftritt mit der Türkeler. Ja, hey, das heißt, wir haben eine Premiere nach der anderen. Dann tun wir gleich mal einen Mats Applaus für den Türkeler. Aber es gibt halt schon öfter jetzt miteinander, oder? Ja, dreimal schon. Dreimal schon, aber da kann ich nichts schief gehen. Da hinten sind die Vorbereitungen alle in Gang. Wir werden sie dann da fahren, damit man sie gut zieht, herbeten. Und wieso bist du jetzt gerade zu den Türkeler spielen gegangen? Ja, weil ich halt wollte. Ziemlich gute, knappe und präzise Antwort. Und schaust du jetzt bei den Olympischen Jugendspielen auch so eine oder andere an von den Bewerben? Ja. Und was würde dich da jetzt am meisten interessieren? Jetzt spielen. Er ist einfach Konsequenzen Adulkeler. Jetzt, Anni, du kannst schon anfangen jetzt zu spielen. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.